hi leute und weiter geht's mit einer weiteren folge minecraft space astronomie erst mal ganz kurz was dann habe ich jetzt offscreen die ganzen sachen von query plus fertig gemacht weil das hat ewig gedauert allein schon mit dem strom unten bis wir den harten zusammen hatten ja deshalb habe ich das offscreen gemacht jetzt ist bloß das problem wir haben hier keine lava mehr weil der see ist leer mittlerweile deshalb müssen wir da hin und müssen den umbauen das andere ist die ganzen obsidian das ich gefarmt habe wo ich gebraucht habe das habe ich alles mit dem digital miner gemacht den ich inzwischen hier drüben hingestellt habe und da habe ich richtig viel geschafft weil ich habe einfach eingestellt unter der konfig ich will obsidian und dadurch habe ich es bekommen und auch richtig viel diamanten mittlerweile und da der ja auch mit der labor funktioniert hat hat er auch ziemlich viel verbraucht jetzt gehen wir erstmal hier an bauen deswegen weil das brauchen wir momentan nicht mehr damit der nicht weiter lava saugt na komm schon geh weg passt den habe ich ja nicht mit hergestellt nein mit der ruhe dann können wir eigentlich das jetzt hat erst einmal ins me system schnell schmeißen dann gehe ich in netter und baue unser die la des lava zeug um damit wir wieder da was bekommen das mache ich dann jetzt hat schnell noch ja und dann sehen wir uns gleich wieder ok damit hätten wir jetzt auch die lava förderung wieder angeschmissen dass wir da was bekommen das sollte jetzt auch hoffentlich hier ankommen alles aber normalerweise schon schauen wir doch mal ja läuft wieder alles der wird auch wieder geladen passt gut als nächstes würde ich dann von applied energistics erst einmal noch mal was machen applied energistics und zwar noch so ein molekular assembler und so ein me interface weil das ist ja mittlerweile voll wobei eigentlich würde das ja reichen wenn ich bloß so ein interface mache und ein paar solche kabel werde ich noch brauchen schauen wir doch mal im interface hätten wir das nein vielleicht habe ich ja draußen noch etwas dafür schauen wir doch mal kurz wo haben wir leider nicht das zeug dafür dann schauen wir doch kurz wir brauchen einmal so ein charged ja das sollte ich eigentlich alles hin kriegen muss ich bloß hier draußen schnell gold holen muss ich bloß hier draußen schnell gold holen äh 2 4 machen wir 10 dann haben wir auf jeden fall genügend dann brauche ich noch 10 silicon das reicht auf jeden fall dann brauche ich hiervon 5 stück ja dafür brauche ich dass ich die machen kann da brauche ich auch jeweils ein charged also brauche ich noch mal 5 stück nicht so schön neta quartz habe ich jetzt gerade keinen da muss ich noch mal kurz in die hölle dann brauche ich 5 davon dann brauche ich 5 davon und für den zweiten das ist dann wo haben wir ihn hier äh hat der mir jetzt gesagt ah der hat es wieder umgeschmissen den hier brauche ich da brauche ich auch noch mal neta quartz ok also brauche ich dann mindestens schon mal 10 stück die hole ich schnell ok damit hätte ich jetzt auch den ganzen netter quartz dabei dann schmeißen wir doch schon mal das da rein das hätte ich eigentlich gleich machen können wo haben wir sie die logic hier das hätte ich eigentlich gleich machen können dann hätte ich nicht so lange warten müssen jetzt hat doof aber ok dann schmeißen wir das das und das zusammen passt damit habe ich jetzt schon mal meine 10 kristalle hätte ich gar nicht so viel gebraucht hätte ich gar nicht so viel gebraucht weil die werden jetzt halt eh klein doch brauche ich so viel ich dachte ich kriege jetzt jedes mal gleich das doppelte halt raus aber ist ja nicht dann brauche ich noch mal redstone da dürfte ja hier nichts haben stimmt holen wir uns noch schnell da etwas 10 stück werde ich brauchen brauche ich eigentlich mindestens noch mal sowas für die kabel da brauche ich ja auch 2 das weiße müsste ich ja noch haben aber die kabel an sich habe ich nicht mehr gut dann mache ich doch noch mal zwei solche ein das das und das ah scheiße habe ich viel zu früh reingesprungen na jetzt hat er das gleich gemacht wieso denn nicht auch beim ersten mal schon dann habe ich schon mal die die hier oben sind fertig dann kann jetzt das rein dann suche ich mir hier doch mal schnell das weiße zeug also die weißen kleinen kabel aus die ich dann die großen machen kann hier das hier und zwei davon ergeben vier solche der ist immer noch am klein machen dann kann ich ja in der zwischenzeit hier etwas umbauen jetzt würden wir alles weg springen ja das wieder hin dann brauche ich das crafting terminal dann schauen wir mal dass wir da hoch kommen machen hier das pattern terminal hin und da oben dann das andere ok in der zwischenzeit könnte das jetzt einigermaßen durch sein ja raus damit das hier rein und die hier daraus bekomme ich jetzt halt jeweils immer meine prozessoren und die müssen kann ich ja hier jetzt zusammenfügen müssen die echt in der form liegen das kommt wirklich drauf an wie du sie hinlegst wow dann habe ich schon mal die ganzen für diese typen hier dann brauche ich nochmal fünf stück für den anderen dann haben wir auch schon wieder zwei ja ich glaube das ist das nächste was ich mache das nächste ist dass ich schaue dass ich mir hier die wo haben wir sie die accelerator cards herstelle und damit geht ja alles gleich nochmal schneller dann können wir die hier schon wieder weglegen die brauchen wir jetzt momentan nicht dann haben wir jetzt das alles daraus können wir uns nochmal so ein terminal der terminal sage ich ist unsere karte hier voll na klar ok so haben wir eins hier ist eine pattern die brauchen wir schon einmal und dann haben wir noch welche blank pattern ich glaube nicht dann bestellen wir uns nochmal ein paar wird wahrscheinlich nicht gehen oder missing 14 von denen hier da haben wir aber etliches dann lasse ich die hier nochmal kurz klein machen damit wir dann zehn stück herstellen können gleich die sollten ja recht schnell gehen ja ok damit hätten wir jetzt das auch klein gemacht in den zertus quartz dust verwandelt damit kann ich jetzt hier zehn stück herstellen passt die gehen auch einigermaßen schnell hoffe ich das sieht man da oben immer haben wir schon sieben acht neun zehn passt die legen wir natürlich wieder hier rein und dann fangen wir mal an dass wir uns ein kme herstellen lassen geht natürlich nicht weil da fehlt uns wieder das eine für in die mitte rein da mache ich aber jetzt gleich wieder mehr mh das ist jetzt insgesamt etwas blöd solange wir das nicht komplett drin haben ja ich möchte zwar schon gleich wieder das 16 oder sogar noch höher machen bloß da brauche ich mehr ressourcen wieder die habe ich gar nicht alle wo ich dafür benötige naja jetzt habe ich natürlich kein ding dabei kein redstone dann hätte ich das gleich fertig machen können passt und bin wieder hier dann kommt das alles rein und das hier da mache ich jetzt bloß eine 1k weil eigentlich haben wir ja noch nicht so viel und vor allem es macht ja eh keinen großen unterschied ob wir jetzt das 1k oder das andere dann weil wir haben überall immer die 63 verschiedenen Typen die wir machen können das hängt bloß davon ab wie oft diese wir die hernehmen können dann wo ist das blank wo ist das da werden die gleich ok ich dachte da gibt es auch sowas wie blank pattern wo man es dann rein legt bloß die jeweilige zelle schade weil dann lasse ich die hier auf jeden fall gleich äh wie heißt es äh die mache ich nicht ins äh Autocarfting rein weil 1k das werden wir wahrscheinlich nie wieder brauchen das hier hin dann brauchen wir noch Quarzglas next dann haben wir das jetzt auch passt die kommt da rein und schon können wir das hier auch wieder reinlegen passt ok dann können wir mal schauen machen wir wieder nach Number of Items nehmen wir die Query Plus und unsere Diamantspitzhacke jetzt werden wir das rein machen und das dann können wir Efficiency drauf machen und zwar bis Efficiency 5 und das ist ja was wir haben wollten und später können wir auch noch die anderen Sachen drauf machen wie keine Ahnung was gibt es denn noch alles Silk Touch und so weiter aber momentan können wir es noch nicht aufstellen weil es rentiert sich noch nicht weil wir nicht den Strom dafür haben damit fangen wir jetzt an Big Corrector brauchen wir in dem Fall da wir ja das ganze das einfachste ist Bekorrector herzunehmen dazu müssen wir geht das bloß mit Kohle ja normale Kohle geht auch zum Glück nehmen wir mal zwei Stacks schmeißen sie in die Smeltery in den Redstone Furnace meine ich da müsste jetzt ein Ding rauskommen Graphit passt und die lassen wir jetzt mal komplett durchbrennen die zwei Stacks okay damit haben wir jetzt die ersten Sachen fertig die wir brauchen für den Big Corrector die schmeiße ich mal alle hier rein dann gehen wir hierher sagen DeLorean Fuel Road den brauchen wir auf jeden Fall und den Reactor Casing das brauchen wir auf jeden Fall das sind die ersten dann stellen wir mal ein Fuel Road her oder wie viel machen wir oder vielleicht gleich zwei da mache ich das zwei hoch ja das sollte für den Anfang reichen dann den Rest nehme ich von dem her keine Ahnung das wären ungefähr die ja die gehen sogar alle müssten wir jetzt 30 Stück gleich haben 32 sogar hä wieso das ah warte da kriegen wir jedes Mal gleich vier raus okay 100 sind etwas zu viel sagen wir mal 50 geht auch noch nicht wegen dem hier okay dann holen wir uns noch mehr Gelorium das sollte ja mittlerweile auch etwas durch sein ja ja da habe ich gleich ein paar mehr hergestellt oder bis jetzt habe ich auch mit herstellen lassen weil ich noch wusste dass wir das brauchen werden okay dann haben wir jetzt gleich die nächsten und dann können wir eigentlich na die müssen nochmal rein weil jetzt stellen wir erst noch die die anderen Sachen hier da brauchen wir einmal das hier wobei den hätten wir jetzt nicht unbedingt so gebraucht den hier brauchen wir auf jeden Fall Reaktor Power das ist das wo der Strom raus kommt Access Point Port den braucht man für wo man den Treibstoff rein macht und den wie heißt der andere eine coolen Port den brauchen wir momentan gar nicht weil wir brauchen ja keine Kühlung momentan das machen wir passiv und nicht aktiv das sind da nochmal zwei Begriffe von dem Ganzen durch wie man das kühlen kann das kann ich aber dann sagen wenn wir es zusammenbauen das Ganze das hin dann dann wo haben wir Cobblestone haben wir sogar passt Eisen und Redstone den mit rein na dann kann ich jetzt auch den herstellen lassen und die Rednet Port brauchen wir da brauchen wir eine Rednet Cable schauen wir doch mal Rednet zusammen geschrieben oder Rednet Cable ich glaube die müsste ich sogar haben oder na die habe ich nicht ich hatte andere wenn mich nicht alles täuscht ja ich hatte die Aluminium Wire schauen wir doch mal wie stellen wir die schnell her Redstone und außen Plastik Sheets Plastik Sheets dafür brauchen wir Rohrabber zum Beispiel oder Block of Rohrabber habe ich irgendwo Rapperbäume und wo sind meine Treetabs das hatte ich doch schon mal weil ich habe mir doch extra Treetabs gemacht und in der Farmwelt Rapperbäume deswegen gepflanzt habe ich die hier rein in irgendeine Kiste oder waren das die Energy Pipes das kann auch sein weil das waren ja die wo wir keine Ding bekommen keine diese Stellen auf der Seite über die man dann schauen kann bin ich gespannt wenn ich die nochmal abbau kriege ich dann nochmal was nein schade jetzt habe ich nochmal gesetzt ok also so kann man das Spiel nicht austricksen indem man das doppelt macht aber mit Hilfe von einem so wie heißt das Mimikid kriege ich zwei davon und nochmal so ein Mimikid da sind zwei Stück kann ich jetzt sogar nehmen da müsste ich jetzt halt 8 solche hä? ich dachte wenn ich das jetzt nochmal mache da müsste ich doch Rohplastik rauskriegen was soll denn der Scheiß jetzt? ich will das nicht verdoppeln ich will daraus Rohplastik kann ich da irgendwie durchschalten? na na ok dann muss ich das Ganze hier kurz durchbrennen schade ich dachte ja aber wieso hat er das jetzt nicht gemacht das ist schon komisch ja ok kann man jetzt halt nichts ändern dann ich brauche E plus na ich brauche sogar 6 Stück 4 boah dann brauchten das 5 und das ist jetzt das letzte lassen wir das mal wieder raus weil das dauert mehr zu lang dass ich jetzt stehen bleibe und warte bis das andere fertig ist dann machen wir noch schnell das hier da da Redstone in die Mitte komplett in die Mitte na komm schon jetzt kriege ich da auch wieder bloß 4 also muss ich die anderen beiden auch noch durchschmelzen Mist und diesmal lege ich es nicht in den rein sondern gleich hier Furnace only aber der macht jetzt ja gleich beide auf einmal das hätte ich gerade auch schon machen können wenn ich daran gedacht hätte ok damit hätten wir jetzt das dann stellen wir jetzt noch schnell unser Rednet Kabel her damit wir danach das herstellen können vom Big Reactor das letzte Big Reactor und zwar den hier die können alle hier oben rein ja die müssen alle rein weil die werden wir irgendwann wieder brauchen davon brauchen wir einen davon brauchen wir auch erst einmal bloß einen Power Tab brauchen wir auch einen da brauchen wir auch bloß einen dann Rednet Port da brauchen wir 2 das war's eigentlich ok dann können wir schon mal wo stellen wir den am besten auf in der Farmwelt weil da brauchen wir ihn eh ok also ich könnte es jetzt zwar auch in der Oberwelt hier aufstellen bloß wie kriege ich den Strom in die Farmwelt momentan solange wir noch keinen Tesseract haben oder sonst irgendeine Möglichkeit um den Strom zu transportieren dann brauche ich noch zwei Eimer einen weiß ich habe ich hier drin einen leeren und hier müsste auch noch irgendwo einer sein hoffe ich wo habe ich den wieder hin da die mache ich jetzt beide schnell mit Wasser voll ok weil die das brauche ich noch um das ganze dann äh dicht zu machen dann laufen wir schon mal hier hinten hin weil da werden wir den aufbauen machen zwei machen uns eine unendliche Wasserquelle eins und zwei dann fangen wir an der muss so breit werden ja das ganze auch in diese Richtung ich hoffe ich habe genügend Casings um den jetzt dort hinzustellen da mache ich jetzt den rein dann mache ich nein ich kann nicht abbauen ich habe nichts dabei zum abbauen schade mache ich hier schon mal einen Power Tab hin hier den Duetnet Ports mache ich da hin dann bin ich eh schon ganz oben angekommen jaa müsste reichen nicht die ich dabei habe und den habe ich falsch gesetzt gut dann renne ich nochmal kurz zurück okay jetzt habe ich den ganzen Reaktor soweit fertig ich habe die Rots übereinander gesteckt oben drauf den Reaktor controller das ganze jetzt gefüllt mit Wasser jetzt habe ich nochmal zu wenig Mist ja und das Wasser ist glaube ich abgesehen von Luft das schlechteste was man nehmen kann da gibt es dann später noch besseres nur momentan kann ich die ja noch nicht machen dann brauche ich nochmal vier solche Casings schnell und ich habe aber glaube ich keine Plastik-Sheets mehr oder dass ich nochmal Kabel herstelle Mist weil ich bräuchte nochmal zwei solche wie heißen es so Rednet Kabel bräuchte ich nochmal Mist weil mit anderen funktioniert das nicht Mist ich habe bloß die hier und kann ich die mit dem anderen zusammen machen damit ich daraus sechs Stück kriege ich hoffe mal schauen wir doch schnell vier dann hätte ich schon mal vier daraus gemacht aus zweien wenn ich jetzt nochmal zusammen mache kriege ich schon mal acht draus gut das funktioniert ja sogar richtig ok ja die brauche ich jetzt die Rednet Kabel noch um das ganze anzuschlie äh äh sinnvoll zu machen damit ich bloß das bekomme was ich brauche an Strom nehmen wir uns hier schon mal das Chilorium mit hier drin ist auch noch Chilorium weil sonst läuft der Reaktor die ganze Zeit und haut raus ohne dass wir ihn eigentlich verbrauchen und das wollen wir ja auch nicht weil das wäre ja Kraftstoff also Treibstoffverschwendung in dem Fall Chilorium machen wir den schnell hier oben zu er ändert auch gleich das ganze weil es ein Multi-Block ist dann schließen wir hier schnell noch die Kabel an sagen wir wollen wo haben wir es wenn die Batterie ich glaube ich habe die falschen Ports gemacht hätte glaube ich die Computer Ports gebraucht und ne die Redstone Ports hätte ich gebraucht scheiße ist ja egal er läuft ja eh noch nicht jetzt packen wir hier einfach mal das ganze Chilorium rein er ist jetzt voll drücken wir auf aktivieren fährt er hoch wird natürlich extrem heiß weil er total schlecht gekühlt ist aber er produziert Strom und zwar 370 ungefähr RF pro Tick schalten wir aber nochmal aus weil wir das ganze ja noch nicht richtig betreiben können und wir haben auch noch keinen Abnehmer okay gut das war's dann mit dieser Folge wenn sie euch gefallen hat lasst bitte einen Daumen nach oben da und dann sieht man sich beim nächsten Mal bis jetzt bis jetzt